Musik Herzlich Willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website www.wein-verstehen.de Ja meine Lieben, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Winzertalks. Ist mal wieder eine absolut spontane, völlig ungeplante Folge. Es gibt für diese Folge kein Skript, keine Vorbereitung, rein gar nichts. Das ist ein spontanes Treffen von einem jungen Winzler aus der Südsteiermark. Ja tatsächlich war das eine relativ spontane Aktion. Auf einmal habe ich ein Mikrofon vor dem Gesicht. Wir sitzen gerade im Stock Resort, ein super schönes Hotel und da haben wir gestern eine Veranstaltung gehabt. Also heute in einer Stunde machen wir noch eine Vertikalverkostung, eine super coole Masterclass. Und jetzt haben wir gesagt, machen wir noch einen kleinen Podcast dazwischen. Genau. Also freue ich mich schon drauf, ja. Ja eigentlich immer, wenn ich in irgendwelchen Hotels unterwegs bin, nehme ich immer mein ganzes Podcast. Ich bitte mich mit und denke mir vielleicht, ja vielleicht willst du das Schicksal oder es fügt sich, dass man sagt, man hat irgendwo noch eine Stunde. Es ist ja trotzdem alles ziemlich straff geplant auch. Man kann sich zusammensetzen und einfach ein bisschen plaudern auch, weil gerade wenn man spannende Winzer da hat wie dich, dann wäre es echt ein Jammer, sich durch die Finger zu gehen zu lassen. Ja wir haben ja eigentlich schon uns ein bisschen eingestimmt beim Frühstück. Genau. Da hätten wir schon ein Mikrofon dazustellen können. Da hätten wir ein reiches Mikrofon gebraucht. Genau. Ja. Ja vielleicht nochmal kurz zur Info. Also wir sind jetzt quasi im Zillertal in Tirol. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel, Stock Resort und die machen einmal im Jahr, letztes Jahr ist leider ausgefallen, aber dieses Jahr findet es wieder statt, diese Wein- und Genusstage, wo man eben immer verschiedene Themen hat meistens, also entweder Bordeaux, Toskana oder wie jetzt in diesem Fall Südsteiermark und dann kann man eben kulinarisch begleitet mit wirklich toller, toller Küche verschiedene Weine degustieren, Workshops mitmachen, vieles über Wein lernen, sind interessante Winzer mit dabei und so sind auch schon viele Folgen für diesen Podcast entstanden tatsächlich, wo ich viele Leute kennengelernt habe. Genau. Ja cool. Wie lange bist du jetzt schon mit dem Stock verbandelt? Also Stock, ich muss sagen, das Hotel, also die haben unsere Weine schon super lang auf der Karte, also ich würde fast sagen 15, 20 Jahre oder länger und auch immer eine super sortierte Weinkarte, also gereifte Weine, dort und da ein paar spannende Weine, die es auch so gar nicht mehr richtig gibt am Markt und deswegen komme ich eigentlich ganz gern daher, weil das haben die natürlich nicht nur von uns, sondern auch von ein paar anderen Befreundeten Winzer und da kann man dann doch das ein oder andere entdecken, also ich kann es auf jeden Fall nur weiter empfehlen. Ja, ich auch. Also ist jetzt mein drittes Mal bei dir? Ja, weil ich bin jetzt tatsächlich das erste Mal da, aber meine Eltern waren schon öfters da und die haben mir eigentlich immer schon alles vorgeschwärmt von dem Hotel und jetzt bin ich froh, dass ich es einmal selber geschafft habe. Genau. Ja, jetzt steigen wir mal ein bei dir. Thematisch gehen wir ein bisschen ins Weingut rein. Auch deine Philosophie finde ich sehr, sehr interessant, wie ihr die Weine zubereitet, sehr, sehr nah an der Natur, ein bisschen weitergedacht über den Tellerrand hinaus, vielleicht auch Weine, die man auch erstmal verstehen muss und vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass du dich grundsätzlich mal vorstellst. Ja, gern. Also eben, wir sitzen jetzt hier da, ich bin Sattler Alex, 29 Jahre, übernehme jetzt gerade mit meinem Bruder zusammen das Weingut, ein Traditionsbetrieb in der Südsteiermark. Unser Weingut gibt es seit 1886 und jetzt seit drei Generationen wirklich mit Fokus auf hochwertige Qualitäten und immer weiter in die Tiefe gehend, in die Lagen hineintauchen. Und das haben wir jetzt als dritte Generation schon relativ gut gestartet und haben alte Rebstöcke, mit denen wir arbeiten können, können uns so sehr in die Tiefe hineinsetzen, dass man wirklich an Details schrauben kann, damit die Weine einfach in sich harmonischer werden, balancierter und eine super eigenständige Charakteristik bekommen. Genau. Du übernimmst jetzt gerade das Weingut mit deinem Bruder? Genau, also die Weinbereitung haben wir 2016 schon übernommen von den Eltern. Am Papier sind wir jetzt gerade in der Übergabe. Aber wir haben eigentlich seit 2016 jetzt ständig die Stilistik weiterentwickelt, an kleinen Schrauben gedreht, sind viel reduzierter geworden, puristischer, klarer und ist natürlich super spannend, aufbauend auf dem, was mein Großvater schon angefangen hat. Also der ist damals schon in Richtung Naturbelassenheit gegangen, wobei das damals halt noch Kassen hat. Der Wein war naturbelassen, wenn er nicht aufgesüßt worden ist. Das war damals schon sozusagen, da war man schon ein Held, wenn man ohne Zucker gearbeitet hat. Und er hat da sicher schon so in den 60er Jahren in der Südsteiermark für Furore gesorgt. Mein Papa hat das Ganze dann noch an die Spitze getrieben, ist hinausgegangen in den Export, die Weine noch einmal präziser, klarer gemacht. Und mein Bruder und ich fangen auf dem Level jetzt da an und können da tiefer hineintauchen. Also jetzt da gerade sind wir eben in der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung fertig, sind davor schon 2013 auf biologisch umgestellt und haben so Stück für Stück sozusagen das Weingut in eine nachhaltige, sich selbsttragende Zukunft geführt und können jetzt dann noch tiefer in die Stilistik eintauchen. Genau. Das heißt, also im Prinzip unsere Weine stehen für Präzision, Klarheit und das Ganze mit einem möglichst naturbelassenen, unverfälschten Ausbau. Das sind jetzt mehrere Fenster, die bei mir aufpoppen, wo wir auf jeden Fall reingehen können, auch tiefer, wo ich dann auch auf jeden Fall nochmal reinsteigen will. Bevor wir das aber jetzt machen, will ich die Zuhörer nochmal kurz ein bisschen abholen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir sind quasi jetzt in der Südsteiermark. Es gab zwar schon eine Folge mit Erwin Sabati. Wer das noch nicht angehört hat, kann das gerne nochmal nachholen, wo wir schon ein bisschen ins Terwarr eingestiegen sind, weil die Weine aus der Südsteiermark kennen vielleicht vor allem die deutschen Zuhörer nicht unbedingt. Vielleicht wirst du mal kurz erklären, für was die Südsteiermark eigentlich steht und was man da erwarten kann an Wein. Gern, ja. Also die Südsteiermark ist meiner Meinung nach ein extrem spannendes Weinbaugebiet, das von der, sag ich mal, kräftigen Weißwein-Charakteristik bis hin zu filigranen, feinen, straff strukturierten Weißweinen eine irrsinnige Spannungsbreite hat. Also wir liegen im südlichsten Weinbaugebiet von Österreich, an der Grenze zu Slowenien. Haben eine sehr lange Historie, vor allem mit Sauvignon Blanc, was früher bei uns Muscat-Silvaner geheißen hat, und mit Chardonnay und mit Welsch-Riesling. Also das sind so die drei Leitsorten, würde ich sagen, in der Region. Und die Idee ist sehr, sehr einfach. Wir haben harsche Wetterbedingungen, das heißt, wir haben viel Regen, einen Haufen Niederschlag, aber dafür eine sehr vitale Region. Es ist alles grün, es floriert. Man hat sehr viel, sag ich mal, Diversität und Lebensgrundlage für eine Vielzahl an Tieren. Und in diesem ganzen System stehen Weinberge, die teilweise schon seit 50, 60 Jahren dort kultiviert werden und machen Weine, die sehr, sehr straff sind, puristisch und einen super Zug haben. Also generell, ich sage mal, wenn ich mich mit einem Glas Wein erfrischen wollte, wäre die Steiermark sicher einer der besten Tipps aus Österreich. Wir haben jetzt angesprochen, es gibt Sauvignon Blanc hauptsächlich, Chardonnay, Welsch-Riesling. Vom Typ her, von der Stilistik, muss man jetzt sagen, diese Sauvignon Blanc, die man bei euch bekommt, das sind jetzt nicht diese typisch fruchtigen Bomben, weil man sie jetzt in Neuseeland kennt oder so, oder auch aus Teilen Deutschlands, sondern die sind schon wirklich Weine auch, wo man vielleicht erst mal sich damit ein bisschen beschäftigen muss, die ja nicht direkt anschreien, nicht anspringen, sondern die wirklich auch filigran sind, finessenreich. Genau, also generell, also Sauvignon ist die Hauptsorte bei uns, von diesen drei, die ich jetzt gesagt habe. Und die Stilistik ist ganz, ganz eindeutig quer über die Steiermark. Also wir, im Herbst haben wir kühle Nächte, warme Tage, also das schafft einen Haufen Fruchtkomponenten, die aber sehr, sehr tief liegen im Wein. Also wir haben jetzt nicht diese schreiende Frucht, die einem in die Nase springt, sondern eine Frucht, wo man vielleicht ein Glas zwei, drei Mal schwenkt, das dann super schön hinten rauskommt am Gaumen, wo man viel Tiefgang hat. Der Wein bleibt lange im Glas, bleibt lange am Gaumen auch erhalten. Und dann hat man das Ganze kombiniert mit einer Mineralik, mit einer straffen Säure, mit einem frischen Gerbstoff. Und die Textur der Weine ist sehr, sehr stoffig. Das heißt, man hat einen Haufen Wein im Mund mit einer frischen Säure hinten raus. Das heißt, es ist viel da, das aber sehr, sehr straff und klar ist. Das sind Weine mit sehr viel Struktur. Genau, ja. Weine, die dafür gemacht sind, auch zu reifen, die ein bisschen Zeit brauchen. Genau, also das ist sicher so, das, wie soll man sagen, das typische Element der Südsteiermark, das sind Sauvignon Blancs, die super reifen. Die kann man 10, 15, 20 Jahre reifen in der Flasche. Und das wird immer balancierter, harmonischer, behaltet eine sehr, sehr tiefe Frische in dem Wein drinnen. Und das ist auch dieses eigenständige Charakteristikum der Südsteiermark. Also wer einen Weinkeller hat und sie gerne dort oder da eine Flasche zurücklegt, ist bei uns ganz gut aufgehoben. Ja, und das Gleiche gilt auch für ein Chardonnay. Für die Chardonnays kann man jetzt auch nicht erwarten, irgendwie so fette, zugeholzte, ölige Chardonnays zu bekommen, sondern wirklich, würde ich schon fast den Vergleich aufmachen, so burgundische Finesse-Stilistik, sehr, sehr gut geeignet zu reifen. Ja, also es ist prinzipiell, wenn man Chardonnay jetzt anschaut, oder wie es bei uns in der Steiermark heißt, Moreland, ist der erste Weg, wenn man die höchsten Qualitäten anschaut, immer Richtung Burgund, weil es eine irrsinnige Frische und Filigranität im Wein hat. Wir gehen da vielleicht einen Schritt weiter. Wir sind riesen Fans von der Burgund, aber wollen trotzdem unserem Stil treu bleiben und unserer Region treu bleiben. Das heißt, es ist jetzt kein Weinstil im Chardonnay, der eine richtige Burgund-Kopie ist, sondern es ist wirklich ein eigenständiger, tiefgründiger Weinstil, der aber frische und präzise Elemente hat, wie man es auch in der Burgund finden wird. Und deswegen normalerweise in Blindverkostungen erkennt man Steiermark immer die Chardonnays als steirische an und das ist auch etwas, auf das wir sehr stolz sind. Und die dritte Rebsorte, die wir kurz angeschnitten haben, ist der Wölsch-Riesling. Vielleicht magst du dir noch etwas sagen, dass es vielleicht kein Riesling ist. Oder wie wir sagen, Wölsch. Nein, Wölsch-Riesling ist im Prinzip die Ur-DNA der Region. Ist eine autoktone Sorte, die in der Region schon seit Jahrhunderten verankert ist. Und man kann es vergleichen, wenn man es mit anderen Sorten vergleichen mag, ein bisschen wie Chenin Blanc, Aligoté im Burgund, vielleicht ein Hauch wie Furmint, wobei es doch ein bisschen Unterschiede gibt, aber am ehesten vielleicht mit Chenin Blanc. Also super geradlinige Sorte, straffe Säure, hat ein bisschen was Wachsiges am Gaumen, also das den Gaumen schön anfüllt mit einem seidigen Gerbstoff. Und das Ganze vielleicht mit einer Mineralik am Gaumen ist ein super Wein, der einfach ganz entspannt getrunken werden kann. Für uns ist es der Jausenwein, also wir trinken das auch ganz unkompliziert, aber es kann auch sehr anspruchsvoll sein. Also man kann es ja hinsetzen mit einem Glasl und das eine Stunde einfach nur genießen und die Welt rundherum vergessen. Also da ist Wölsch-Riesling eine super vielschichtige Sorte. Also der entspannte Einstieg ins Weingut. Ja, also wir sind dabei, die DNA der Südsteuermark besser zu verstehen und den Wölsch-Riesling, den wir von unseren Eltern und Großeltern übernommen haben, die Rebstöcke, und sind da im Prinzip auf Stöcke gestoßen, auf alte Rebstöcke, die einen viel höheren Anspruch haben als jetzt ein einfach klassischer Einstiegswein. Die bringen Weine mit einem Druck am Gaumen, mit einer Textur, also wirklich Weine, die super Trinkspaß machen und die auch ein reifes Potenzial mitbringen. Also Wölsch-Riesling hat da einen hohen Spannungsbogen von bis. Ist Rotwein auch ein Thema in der Südsteuermark? Also mit Klimawandel vielleicht wird es mal, aber derzeit gibt es in der Steuermark sieben Hektar Pinot Noir. Das hält sich ein bisschen in Grenzen, unser Weingut. Also wir haben selber ungefähr 0,7 Hektar, also zehn Prozent der steirischen Fläche. Für mich ist es eine Sorte, die ich irrsinnig liebe und schätze und in der wir wahrscheinlich viel zu viel Zeit investieren für das, dass da nur zwei, drei Fässer rauskommen. Aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit, die extrem Spaß macht. Und steirischer Pinot oder steirischer Rotwein hat was Kühles, was Feingliedriges und nichts Opulentes, sondern ist wirklich ein zarter, eleganter Rotwein. Schaumwein-Thema für euch? Schaumwein wäre tatsächlich ein super, also es wäre ein super Gebiet für Schaumwein. Wir haben uns mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen das, was wir jetzt im Sortiment haben, wirklich noch stärker vertiefen und die Weine auf die bestmögliche Qualität hinbringen, bevor wir uns da jetzt verzetteln. Süßwein-Thema? Süßwein machen wir also sehr gute, also haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen und sehr gute Ergebnisse. Wir haben tatsächlich auch einen irrsinnigen Markt für Süßwein, vor allem in Amerika und in Russland. Die reißen sich direkt um steirischen Süßwein. Und das Spannende, was bei steirischem Süßwein ist, wir haben eine hohe Säure. Das heißt, bei Süßwein hat man immer die Konzentration des Gesamten in der Beere und in dem Fall hat man die Zuckerkonzentration und die Säurekonzentration. Dadurch ist ein Süßwein aus der Steiermark immer frisch und ein super Speisenbegleiter zu Käse oder Süßspeisen. Wie wird der bei euch hergestellt? Also wir machen Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen. Wir haben ja noch jetzt eine Traube draußen hängen. Also wir haben jetzt, was haben wir heute denn? Mitte November. Mitte November, 15. November oder so. Wir werden nächste Woche dann die Süßweine lesen. Und das heißt, das kriegt der Portritis die Traube am Ende der Reife. Wenn es hochreif ist, kriegt die Traube eine Portritis. Dann schrumpft das ein, weil die Beerenhaut durch die Portritis porös wird. Und dann hat man wie Rosinen am Stock. Und die Rosinen haben eine Konzentration von allem, was in der Traube drinnen ist. Und machen deswegen super spannende Süßweine. Wie geht es dann weiter mit dem Verarbeitungsprozess? Also Süßwein ist, das wird dann bei uns sehr, sehr schonend und lange gepresst. Also das presst fast den ganzen Tag bei uns. Und das ist wirklich so fast eine Sisyphusarbeit, dass man da aus diesen Rosinen den Saft herauskriegt. Wenn der dann draußen ist, dann wird er vergoren. Und dadurch, dass der so hoch konzentriert ist, bleibt die Vergärung irgendwann einmal stehen. Und dann hat man eben den Restzucker im Wein. Bei welchem Alkohol bleibt das stehen? Also üblicherweise bei uns, je nachdem, ob es Beernauslese ist oder Trockenbeernauslese. Also Trockenbeer wäre das höhere Prädikat mit mehr Zucker. So zwischen 8 und 12 Volumensprozent bleibt er stehen. Und dann bleiben noch 80 bis 200 Gramm Zucker im Wein. Der natürlich aus der Beere konzentriert ist. Das sind schöne Weine, die man sich immer weglegen kann. Genau, das haltet er ewig. Also Süßweine aus unserer Region könnte man, ich habe es jetzt noch nie in die Finger gekriegt, aber allein von der Struktur, die der Wein hat, würde es sicher 50, 100 Jahre halten. Das ist praktisch unkaputtbar, wenn wir bei uns sagen. Auf jeden Fall. Ja, Alex, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, das ist von den klimatischen Bedingungen her schon so, dass es viel Niederschlag gibt in der Südsteiermark. Ja, also so 1200 Millimeter Niederschlag, das ist schon richtig, richtig früh. Also es gibt andere Regionen in Österreich, die sind bei 400 Millimeter. Das heißt, da hat man bei uns schon eine andere Voraussetzung. Was natürlich die Kombination ist, die das Ganze so schwierig macht, bei uns Wein zu machen, ist, weil wir nur am Steilhang arbeiten. Wir haben keine Weingärten in der Ebene. Es wird alles von Hand bearbeitet. Das heißt, da steckt ein irrsinniges Handwerk und eine Idee dahinter. Wir haben während der Lese ca. 60 Mitarbeiter, die nur die Trauben selektieren am Stock und bei uns gibt es keine Maschinenlese in der Südsteiermark, in der ganzen Region und darauf sind wir auch stolz und da legen wir viel Wert drauf, weil es für uns ein Kulturgut ist, die Handlese und ein Qualitätsmerkmal. Ist Frost bei euch ein Thema? Frost ist in tiefen Lagen ein Thema, aber unsere Weingärten sind meistens auf der Spitze von den Hügeln, also ganz oben und da ist Frost jetzt nicht so ein Riesenproblem. Gut, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück, worauf ich eigentlich hinaus will mit der Feuchtigkeit, mit dem Regen nochmal, ist natürlich auch, dass durch diese Gegebenheiten natürlich der Pilzdruck enorm steigt im Weingarten, wo man eigentlich sagt, okay, es ist unglaublich schwierig, da überhaupt schon mal auf Bio umzustellen, weil natürlich die Abwehrmittel, mit denen man sich schützen kann, gegen zum Beispiel Peronospora und so weiter, die braucht man dann natürlich, aber dann auch zu sagen, okay, man setzt noch einen drauf und geht auf Biodynamie. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich da geritten? Nein, es ist tatsächlich so bei uns, wir sind ein Familienbetrieb und ich kann sehr stolz darauf sein, dass mein Papa auch gerne die Visionen von uns mittragt, also das ist jetzt kein Streitpunkt oder irgendwas, dass wir da auf biologisch oder biodynamisch umstellen, sondern wir haben uns da über Jahre hingesetzt und haben uns überlegt, wie können wir das machen, weil wir das einfach, also wir ordnen selber auch im Weingarten mit und wir sind wirklich eine Familie, unser ganzer Betrieb, alle Mitarbeiter und da wollen wir im Weingarten auch wirklich das Natürlichste wie möglich sozusagen in der Bearbeitung nehmen und natürlich mit den Wetterbedingungen, mit dem Pilzdruck, es ist in Österreich wahrscheinlich die härteste Region, um auf biologischen Weinbau umzustellen und auf biodynamisch sowieso, wobei ich sagen muss, der größte Schritt, den ein Weingut setzen kann, ist eigentlich die Umstellung auf biologisch-organisch, weil da legt man sich einen Haufen Einschränkungen in den Weg. Der Schritt von biologisch-organisch zu biodynamisch, da geht es dann sehr stark darum, noch ein bisschen tiefer einzutauchen, auch die Pflanzenschutzmittel, die im biologischen sind, möglichst zu reduzieren und Alternativen wie Tees und Präparate einzusetzen und das ist dann eher, sage ich mal, ein Hineintauchen, ein Bewusstwerden, ein Lernen mit der Natur umzugehen, mit den Zyklen der Natur und mit den natürlichen Gegebenheiten und den größten Verbot- und Gehbootscharakter, jetzt was zum Beispiel den Pflanzenschutz angeht, hat die biologische Umstellung. Biodynamie ist ein Thema, wo man sehr tief eintaucht und auch sehr motiviert sein muss und sehr viel Energie und Zeit in diesen Pflanzenschutz reinstecken muss. Und das hat mich ja immer fasziniert und nach wie vor heute, es ist kein Jahr, wo wir nicht probieren, alles auf den Kopf zu stellen und alles auszuprobieren, was irgendwie möglich ist an Tees und Präparaten und damit eben möglichst natürlich den Weinberg auf eine natürliche, balancierte Wachstumsebene zu bringen. Wo spürst du oder wo schmeckst du jetzt die größte Veränderung schon so von der Umstellung? Also ich würde sagen, die größte Veränderung ist, dass die Weine mehr Textur kriegen, sie kriegen mehr Tiefe, wobei das ein Effekt ist, der sehr langsam vorangeht, das kann man jetzt nicht von einem Jahr aufs nächste sagen, sondern das ist was, das man über die Jahre hinweg immer stärker sozusagen bekommt, diese tiefe Textur, Vielschichtigkeit. Das hat natürlich auch damit zu tun, weil im biologischen und biodynamischen der Schwefeleinsatz im Keller sehr stark reduziert ist und man dadurch versucht, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit zu bekommen für Alternativen zum Schwefeleinsatz, also sprich ein reduktiverer Ausbau, vielleicht im Vorfeld eine Saftoxidation, wo man auf natürliche Weise eine Stabilität in den Wein hineinbringt, die dem Wein dann dieses Reifepotenzial natürlich mitgibt. Und das heißt, das verändert sich natürlich alles ein bisschen, wenn man jetzt da umstellt auf biodynamisch, aber es ist nach wie vor möglich, so wie für uns, diese Präzision, also diesen präzisen Stil zu erhalten. Es muss jetzt nicht heißen, dass die Weine trüb werden oder jedes Jahr irgendwie ein bisschen anders oder witzig schmecken oder so. Also Biodynamie ist eine reine Idee, eine Philosophie, die viel tiefer geht als eine Stilistik in einem Wein. Das ist ein verbindendes Element, das viele Stile mit einschließt und das war für uns auch dann der Umstellungsgrund, wo wir gesagt haben, die Stilistik, die wir lieben und die unser authentisches Profil der Region zeigt, funktioniert perfekt in der Biodynamie und deswegen sind wir ganz froh, dass wir das jetzt da umgesetzt haben. Du merkst das wahrscheinlich auch an der Vitalität im Weingarten, oder? Genau. Also ich bin bei uns mehr im Weingarten, mein Bruder, der Andreas, ist mehr im Keller und im Weingarten merkt man das sehr stark, dass vor allem die Trauben eine ganz andere Gesundheit mitbringen im Herbst während der Lese und der wichtigste Punkt im gesamten Weinjahr ist die Lese und die Entscheidung, wann schneide ich welche Trauben runter, wann wird gelesen, weil mit dem Zeitpunkt bestimmt man das Säuregerüst, die Reife, man bestimmt die Tanninstruktur, die Textur im Wein, da gehen so viele Dinge einfach in die Betrachtung und in der biodynamischen Bewirtschaftung sind die Trauben einfach extrem stabil. Das heißt, bei der Lese kann man dann sagen, ich lese jetzt nicht, weil ich muss, weil die Trauben sozusagen kaputt werden, sonst wenn ich nicht lese, sondern ich lese, weil ich will und das eine kann man vielleicht eine Woche länger hängen lassen, weil es eh wurscht ist, weil es eh gesund ist und das andere kann man Wochen früher lesen, weil es zu dem Zeitpunkt die perfekte Reife hat und wenn man den Anspruch hat, im Keller nicht einzugreifen, also nicht aufzusäuern, keinen Zucker zuzusetzen, wenn man das so natürlich wie möglich in die Flasche bringen will, dann ist der Lesezeitpunkt das Wichtigste und deswegen ist die Biodynamie eine Weiterentwicklung in der Qualität für uns, der für uns auch ein ganz wichtiger Schritt war. Kann man dann sagen, dass sich quasi die natürliche Widerstandsfähigkeit der Reben oder der Trauben erhöht? Auf jeden Fall, ja. Wobei ich dazu sagen will, also ich habe auch den gleichen Respekt und die gleiche Stabilität auch bei biologischen Trauben gesehen, also das ist jetzt für mich nicht zwingend ein Heiligtum des Biodynamischen, Wer sauber und wirklich hochwertig und aufrichtig im Biologischen arbeitet, kann genauso super Traubenmaterial in den Keller bringen und ja, das ist für uns eigentlich das, was wir als stärkstes Argument gesehen haben in der ganzen Umstellung. Was ist für dich jetzt nochmal so absolute Game Changer gewesen, so rückblickend über die letzten zwei, drei Jahre vielleicht dann nochmal, was ihr nochmal was ausprobiert habt? Also unsere Top-Rieden Kranachberg und Pfarrweingarten, das sind unsere zwei besten Weingärten, die wir im Weingut verarbeiten seit Jahrzehnten, da haben wir gesehen, dass das wirklich eine Veränderung war im Weinberg, die Weine haben einen komplett eigenständigen Charakter entwickelt, der zwar vorher schon da war, aber der jetzt noch viel stärker herausgekommen ist und die Weine haben mittlerweile oder entwickeln ein Aromaprofil, das komplett in eine einzigartige Richtung geht und das ist genau das, was wir suchen als Weinbauern. Wir wollen einen Wein machen, der im Geschmack wirklich einzigartig ist und das Einzigartige kommt bei uns eben nicht aus dem Keller, sondern aus dem Boden, aus der Traube, aus dem Weingarten und da schmeckt einfach jede Lage ein bisschen anders und wenn die Lage eine hochwertige, wirkliche Top-Lage ist, dann hat das eine Balance und eine Eigenständigkeit, die uns begeistert. Ihr habt ja ein ähnliches System bei im VDP, oder? Genau. Von den Lagenklassifizierungen her. Genau, also wenn man es mit Deutschland vergleicht, sind wir im Prinzip relativ leicht mit dem VDP-System einzuteilen. Das heißt, wir haben Gebietsweine oder wie es in Deutschland heißt Gutsweine, wir haben Ortsweine und dann haben wir die Riedenweine, die im Deutschen die Lagenweine wären. Das österreichische Wort Rieden beschreibt eben die Lage und da gibt es erste Rieden und große Rieden. Das ist von der STK ein Verein ähnlich wie der VDP klassifiziert und unterteilt noch einmal diese Weingärten in die besten Lagen. Und das System haben wir jetzt mit den Ortsweinen schon 2012-13 umgesetzt bei unserem Betrieb und das mit den Lagen leben wir schon seit mehreren Jahrzehnten. Wie viele Top-Lagen habt ihr da? Also wir haben am Weingut eben Kranachberg und Pfarrweingarten. Das sind unsere zwei absoluten Top-Lagen und im Kranachberg haben wir noch eine kleine Sub-Riede die heißt Trinkaus also das ist wirklich der Name von dem Weingarten und das sind so diese drei Weine die den irrsinnigen Spannungsbogen in der Region für uns darstellen an unseren Weingärten. Das heißt die sind zwischen 300 Meter Seehöhe und 500 Meter Seehöhe komplett unterschiedlich von der Herangehensweise von der Stilistik. Der Weinberg hat also haben wir einen ganz eigenen Charakter die Rieden. Was hat man da für Böden? Also die Steiermark ist super spannend von den Böden her weil es im Prinzip kann man sagen zu einem urzeitlichen Strand liegt von der Parathetis das ist so ein Urmeer das da über die panonische Ebene gegangen ist und man hat von Kalk also der aus diesem Korallenriffen gekommen ist bis hin zu Schiefer in Kitzek-Sausal die komplette Spannungsbreite das heißt Schiefer wäre im Prinzip dieses Urgestein das so kleine Hügel waren die aus dem Wasser geschaut haben dann hat man den Kalk das sozusagen im Brackwasser war also in diesem warmen seichten Wasser vom Urmeer und dann hat man Sand also Quarz von dem Strand der dort war und teilweise eben so Kieselschotter der aus den Hügeln und aus den Inseln herangeschwemmt worden ist und also das ist die Besonderheit das heißt Pfarrweingarten zum Beispiel liegt auf 300 Meter Seehöhe ein reiner Kalkmonolith also da findet man Muscheln und Korallen und alles mögliche aus dem Meer Kranachberg ist so an der Abrisskante zwischen Kalk und Schotter und dann haben wir zum Beispiel noch höher eine Lage Kapellenweingarten das ist ein reiner Schotter aus diesen alpinen Flüssen der herangewaschen worden ist und das ist natürlich die Spannung also man hat auf einer kleinsten Region das sind vier Ortschaften fast alle Böden die irgendwie im Weinbau spannend und interessant sind und das merkt man also das schmeckt man heraus aus den Weingärten die werden bei uns alle relativ ähnlich im Keller verarbeitet also der größte Unterschied kommt dann wirklich aus dem Boden und aus der Lage also idealerweise ja wirklich karge Böden oder? extrem karg also wir wir sind so eine hügelige Region erinnert ein bisschen an die Toskana wobei die Hügel jetzt steiler werden und die Hügel sind im Prinzip diese kargen Felsformationen die von der Erosion sozusagen übrig geblieben sind das heißt das ganze lockere Material ist weggewaschen über die Jahrtausende und da stehen ein paar Hügel heraus die sozusagen das karge mineralische Gestein sind und da gibt es die unterschiedlichsten Gesteinsformen eben von Kalk bis Kiesel alles was man sich im Weinbau irgendwie vorstellen kann die braucht sie schon bei solchen Niederschlagsmengen oder? ja also das ist natürlich eine super Herausforderung weil teilweise haben wir 100% Steigung in den Weingarten das ist wie ein Hausdach also 45 Grad und wenn es dann 1200 Liter regnet dann hat man nicht viel Zeit wo man da mit am Traktor jetzt hineinfahren könnte das begrenzt sie relativ stark aber auf der anderen Seite sind die Weingärten gegen Süden oft exponiert oder Osten das heißt man kriegt super viel Sonne in einem kühlen Umfeld das heißt eine Textur von der Sonne und eine frische Kühle von dem kühlen Klima das wir haben und das ist eine einzigartige Zusammensetzung die die Steiermark eben so besonders macht Stichwort Klimawandel wie schaut es da bei euch aus spürt sie den macht sie da euch Gedanken schon darüber oder läuft da schon was? Ja also Klimawandel also wir ich finde natürlich die Situation sehr wie soll man sagen also eher schon bald 12 Uhr statt 5 vor 12 was was unsere Region aber betrifft mit dem Klimawandel sind wir eher auf der begünstigten Seite weil wir jetzt Lagen in Seehöhen haben auf 600 Meter die heute eine ganz andere Textur mit in den Wein bringen die früher vielleicht der Spur zu kühl waren und heute eben in diese perfekte Zone hineinfallen das heißt das hat sich bei uns ein bisschen verändert dass wir jetzt wärmere Lagen haben die früher nicht so warm waren und in den höheren Schichten eben Lagen die auf einmal im perfekten Spektrum liegen aber dadurch dass das so vielschichtig ist bei uns verschiebt sich vielleicht der Fokus auf andere Lagen aber die richtig großen Lagen die haben nach wie vor besten Bestand genau also ähnlich wie an der Nahe wo man auch den Vorteil hat dass man jetzt eigentlich im Rahmen dessen dass es immer wärmer wird neue Top-Lagen erschließen kann die wirklich auch jetzt erstreif werden genau auf jeden Fall ist natürlich nicht überall so dass man da gewinnt ja also wenn ich jetzt in einer super warmen Region wäre und auf einmal fallen noch mehr Niederschläge aus oder es wird noch wärmer dann kann es schon brenzlig werden dadurch dass wir eher auf der kühleren Seite sind und vielleicht schon noch zu kühl waren früher sind wir jetzt in einem Bereich wo das super funktioniert aber natürlich bin ich kein Freund vom Klimawandel also mir wäre lieber wir wären nach wie vor noch kühlere Region und dafür dafür gibt es weniger Extreme ist ja klar ja wie bist du geprägt also bist du früher auch ein bisschen herumgereist hast du andere Weinbauregionen angeschaut dich inspirieren und motivieren lassen ja also ich bin ich würde mich vielleicht jetzt wirklich als Weinfreak bezeichnen ich trinke jetzt einfach auch privat extrem viel und gern Wein und ich bin auch unabhängig davon dass ich schon gewusst habe dass ich in das Weingut einsteigen werde wollte ich wirklich raus und mir Weingüter anschauen und habe zum Glück ein super Freundeskreis an Winzern mit dem wir jedes Jahr eine Weinreise machen waren wir schon in Amerika waren in Bordeaux auf Neuseeland also in Neuseeland und in der Schweiz weiß Gott wo Deutschland Italien also schon sehr viele Gebiete bereist was spannend ist um verschiedene Techniken Herangehensweisen kennenzulernen wobei wir bei uns immer ein bisschen diese Bodenständigkeit suchen das heißt die Steiermark hat ganz spezielle Herangehensweisen ganz spezielle Voraussetzungen das heißt vieles was man jetzt international sieht kann man bei uns jetzt nicht eins zu eins umlegen was aber das Schöne daran ist also das macht das Ganze noch eigenständiger noch ja unaustauschbarer sage ich mal was trinkst du privat gerne? ja ich habe viele ich habe viele Vorlieben natürlich Sauvignon Blanc aus allen möglichen Ecken der Steiermark trinke ich ja privat sehr sehr viel es gibt sehr viele hochwertige Betriebe bei uns die super Qualitäten machen von Naturwein bis zu sagen ich mal klassischen Stilen ich bin sehr vielschichtig also ich finde es schade wenn man dogmatisch ist und sagt ich trinke nur klassischen Wein oder nur Naturwein es hat alles so viele Facetten man muss halt die besten Produzenten finden und ich trinke gerne Topproduzenten aus dem Jura aber genauso gut klassische Portugaleser mit ein bisschen Reife und ja also ich bin im Prinzip auf der Suche nach authentischem guten Wein aus der ganzen Welt und ob das jetzt Mazedonien ist oder Österreich oder Deutschland ist dann nebensächlich da geht es mir eher darum wie denkt der Winzer ist das was er macht ein hochwertiges Handwerk und hat das ein reifes Potenzial und Bestand in der Zukunft Wie siehst du die Rolle der Südsteiermark jetzt in Österreich im Vergleich jetzt auch mit anderen Weinbauregionen also in Österreich ist es sicher die also die kühlste Region deswegen würde ich eher sagen das sind Weine mit also die in der Reife sehr viel sehr viel frischer mitbringen ja also es geht sehr in die Tiefe in die Mineralität also in die Mineralität und wir sehen die Region dadurch dass wir so steile Hänge haben und nur mit der Hand ernten können haben wir ein gewisses Grundpotenzial an hoher Qualität also auch wenn man zum klaren Buschenschenker also das ist so das typische Gastro-Konzept und Weinbauern-Konzept auf jeden Fall einmal anschauen wenn es in der Gegenseite wenn man zu einem klaren Buschenschenker-Betrieb geht mit zwei, drei Hektar in der Region kann man trotzdem relativ gute Qualitäten erwarten die die Leute denken sich sehr stark hinein sind hoch motiviert auch wenn wenn sie jetzt nicht versuchen wollen die besten international beständigsten Weine zu machen sondern es ist eine handwerkliche Struktur noch da fast ein bisschen was bäuerliches und das liebe ich und das genieße ich genauso sehr wie irgendeinen internationalen Top-Wein wenn man in einen Buschenschenk bei uns geht in eine kleine Stube in eine kleine Gaststube und dort Wein trinkt von einem Winzer der von der Traube bis zur Flasche sozusagen alles mitbegleitet hat und da muss ich sagen ist die Steiermark zum Glück sehr facettenreich Wie schaut es bei euch aus? Können wir einfach vorbeischauen aus dem Weingut euch besuchen? Gibt es da vielleicht ein Restaurant Übernachtungsmöglichkeiten? Auf jeden Fall also die Südsteiermark ist eine super Gegend um Urlaub zu machen um Weine zu genießen kennenzulernen wir sind selber ein traditioneller Gastgeberbetrieb also mein Onkel hat ein Hotel auch mit Landhauszimmern mitten im Weinberg wir haben einen Pool im Weingarten wir haben ein Wirtshaus ein bodenständiges wo man ein hochwertiges Schnitzel und ein Backhändel essen kann das wirklich auch mit einem hochwertigen Grundprodukt produziert wird und er hat ein Feindein-Restaurant also mit drei Hauben wo man das Ganze noch an die Spitze treiben kann und wirklich einen höchsten Genuss in der Südsteiermark erleben kann generell die ganze Region ist voll mit super Gastronomie es gibt viele kleine Buschenschänker die bodenständig super hohe Qualitäten liefern und einige Wirtshäuser mit Weltweinkarten die also wir gehen selber auch viel essen in der Region weil es einfach Spaß macht also wir sind ein herzliches gastfreundliches Gebiet und schätzen das auch sehr wenn Leute zu uns in die Gegend kommen also es ist jetzt auf jeden Fall alle herzlich eingeladen dass es vorbeischaut genau Findet man alles am Sattelhof oder wie heißt das Restaurant Genau also unser der gesamte Betrieb heißt Sattelhof bei uns ist ein Familienbetrieb eben jetzt in der dritten Generation und das Restaurant heißt Sattelhof das Wirtshaus heißt Sattelhof und das Weingut und das ist alles auf einem Hof das heißt man kann bei uns schlafen essen trinken umfallen und ist im Bett drinnen und das ist auch die Idee die wir jetzt schon seit Jahrzehnten leben Wunderbar Habt ihr viele Gäste aus Deutschland auch oder? Ehrlich gesagt sehr sehr viele Gäste aus Deutschland also es genießen viele Leute aus Deutschland vor allem aus dem bayerischen Raum aber auch aus Norddeutschland quer durchs Land sozusagen machen Kurzurlaub bei uns oder auch längere Urlaube so Genussreisen oder als kleinen Zwischenstopp vor Kroatien also wir sind am Durchzug von Kroatien eine kleine Abfahrt bei der Autobahn und man ist bei uns mitten in der Weinregion und das machen auch viele die fahren eine Woche nach Kroatien und beim Rauffahren fahren sie noch drei Tage in die Südsteiermark oder eine Woche in die Südsteiermark und kosten Weine laden sie den Kofferraum mit Wein an fahren nach Hause und haben ein bisschen Urlaub zu Hause noch auch mit im Gepäck Wunderbar Was ist die schönste Jahreszeit in der Südsteiermark? Also die schönste Jahreszeit am meisten los ist im Herbst weil da das Laub sich verfärbt und das ist wahrscheinlich die ich würde sagen die kitschigste Zeit also ist wirklich also Postkarten sozusagen Charakter wenn man da aus der Tür raus geht ich bin ein riesiger Fan vom Frühjahr und Sommer weil es ein bisschen ruhiger ist und weil man auch vom Wandern her eine super ruhige Zeit genießen kann und alle Gastronomie Betriebe offen haben und was jetzt im Kommen ist ist die Wintersaison wir haben keine Skiregion aber es ist immer mehr Angebot an Wellness und Spa-Bereichen in der Region und das wird jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall am Radar erscheinen bin ich schon gespannt ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel von deiner Zeit rauben es war jetzt ein extrem spontanes Gespräch kurz vor deiner Masterclass was erwartet mich jetzt dann in der Masterclass da die auch zwei Stunden ja also die Masterclass wird spannend ich habe das in der Form so noch nie gemacht wir haben einen Ortswein von uns Gumblet Sauvignon und Kranachberg die Top-Ride beide Sauvignon Blanc und davon jeweils eine vertikale ich glaube es sind jetzt fünf Jahrgänge oder sechs Jahrgänge das heißt es wird nebeneinander in Flights verkostet und da kann man wirklich in die Jahrgänge eintauchen in die zwei Kategorien eintauchen des Ortsweins und der großen Rieder und auch ins Reifepotenzial der Südsteiermark und das war so die Idee der Masterclass ich freue mich auf jeden Fall schon super drauf ich bin auch selber schon gespannt wir kosten jetzt so sehr in die Jahrgangstiefe nebeneinander das auch nicht jeden Tag also ich freue mich schon Klasse ja ich werde auf jeden Fall das Ganze dann auch nochmal schriftlich festhalten auf meinem Blog auf wein-verstehen.de da auch nochmal einen Beitrag dazu schreiben generell über die ganze Stockwein- und Genusswoche wo man das Ganze nochmal nachlesen kann wo man auch die verschiedenen Links zu den Winzern findet auch dieses Gespräch auf dem Podcast nochmal verlinkt super genau dass man dann alles wirklich schön kompakt hat perfekt ja mich freut es wirklich mega dich auch kennengelernt zu haben Alex ebenso extrem lockerer entspannter cooler Kerl fachlich kompetent top Weine was will man mehr ja ich denke am Ende des Tages geht es darum dass der Wein schmeckt dass du Spaß hast dabei und und eine gute Zeit und vielleicht das Glasl noch mit einem guten Freund oder mit in einer schönen Runde trinken und mehr mehr gibt es gar nicht genau so schaut es aus ja in diesem Sinne gehe ich jetzt nochmal schnell runter kleines Mittagessen dann starten dann wünsche ich was ja danke fürs Zuhören danke alles gut tschau tschau schön dass du dabei warst wenn dir dieser Podcast gefallen hat dann bewerte mich auf iTunes wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei bis zum nächsten Mal